hallo ja hallo frei ist mein name ich weiß nicht ob sie sich da herr frey ja freilich sie waren der mit der straßenkinder reportage ja ist der text fertig nein aber ich wollte noch mal mit ihnen über mein honorar reden sie kriegen wie alle anderen auch die 142 euro aber sie müssen mal bedenken sie kriegen eine riesenreichweite damit das hilft auch ihre markenbildung ach so dann bringen sie das auch online selbstverständlich so ein riesen ding größte größte aufmerksamkeit sage ich da bloß ja ja reichweite ist natürlich toll aber 142 euro ist jetzt nicht gerade viel geld und deshalb wollte ich noch mal sie haben das letzte mal auch 142 euro bekommt haben sich auch nicht beschwert ja 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 in ordnung so wunderbar dann machen wir das so und frei wir haben auch einen neuen partner jetzt halten sie sich fest ihr text erscheint sogar in der schweiz ich sag mal international ohne honorar so überzeigen dann haben wir ihren text bitte bis übermorgen wenn es geht dankeschön ich muss jetzt in der sitzung tschüssle hallo verkauf dich zum höchstpreis lern verhandeln mit freischreiber gak oh 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 Bis zum nächsten Mal.